das ist ja bei mir leckst gar tierisch dann warte mal ganz kurz ich warte nicht wer bin ich denn da ist ein haus mehr ist aber auch nicht schnell durch hier ist doch kein ein haus vorne sind mehrere häuser ja ich habe von da oben entfernt das nur ein haus gesehen ja wo bist du jetzt im wald ist da vorne ein zelt da war gerade was das ist eine wurzel du ja ich glaube gerade ist so weiter runter gelaufen ach so ich stehe aber auch ach da wird so ich sehe ich zwar wir müssten halt unten über die hauptstraße kurz drüber wo ist denn das ding am kürzesten bis zum nächsten wald überhaupt noch da ist ja ich bin noch da ich suchte ich gerade ja ich suchte ich gerade ich bin weiter runter gelaufen und ja ich bist du bei der hauptstraße jetzt unten andere seite weil gleich wieder jetzt läuft er so langsam ich hasse es wenn er das so langsam berg noch läuft so andere wald ja deswegen auch schnell berg hoch kommt ist wenn er nicht frontal hoch lauft sondern leicht schräg wenn er zu hoch steil wird dann könnt ihr trotzdem noch zügig den berg erklimmen das war schon wieder aus wie ein zelt aber es sind die die wurzeln von den bäumen das ist halt schade freust du dich schon erzählt hoffentlich was gutes drin und dann ja gut aber wenn so wenn du wenn du die ganze zeit nur zelde finden würdest wäre es ja auch schon wieder langweilig hätte es ja schon wieder alles wieso muss ja nichts gutes drin sein gut aber es ist meistens die meisten leute ballern in ihre zelte sachen rein ich meine wie war das der weizen und ich da mit dem scharf und m16 a2 mit granatwerfer aufsatz und so zeugs also sind meistens schon hardcore sachen in den zelten drin okay wenn dann würde ich nicht so direkt an der kristin oder so hier dann bist du weiter hinter der karte oh ey das eine zelt das war in der nähe von elektro und das andere zelt war direkt ganz oben an der an der grenze ja aber sonst hast du keine probleme gell ich hätte grad ich krieg da ja wieso stehe ich ich krieg da voll die krise ey auf einmal ist ein punkt neben mir ich drehe mich rum dann läufst du da so gibt es hier irgendwas sehenswertes außer sein kopf ja wieso mein kopf ich stehe hinter dir hm hm immer da muss ich genau drauf achten wenn du irgendwo stehst und dich umguckst wann du weiter rennst das irritiert voll so habe ich dich jetzt schon einmal verloren oder so ja du bleibst dann immer so stehen dann denke ich also kurz ruhe kann ich mich auch mal umsehen nehmen wir zum beispiel mein fernglas oder so dann packe ich es wieder weg dann bist du auf einmal weg ok ja gut in Zukunft sag ich dann ich geh weiter oder so ja dann kriegst du das dann auch mit ist halt jetzt wirklich unspektakulär weil ja aber ja das spiel soll auch nicht also ja es ist nicht so spektakulär es ist kein kein shooter oder so es ist ja einfach jedes ding sollte halt gut überlegt sein und das was wir jetzt grad machen ist eigentlich nicht gut überlegt weil wir rennen durch den wald das ist eigentlich schon hier besser als wenn man mitten auf der hauptstraße so lange latschen sonst ja gut ja klar aber selbst durch der wald rennen ist nicht grad so hm 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 das letzte mal wurde ich ja auch im wald erschossen im banditenwald ja ja das war voll irritierend ey liegen da du weißt was ich wie viel pfeile und und ich depp bleib auch noch stehen mir war grad so als ob ich irgendwie ein helikopter gehört hab so jetzt haben wir die bergspitze erreicht naja dann mal schauen was gibt's hier so nichts und nichts und auch nichts und äh naja da bist du glaub ich ähm äh bäume und äh nichts wohin da wo du jetzt hinkommst du jetzt glaub ich zurück zur Küste ich krieg voll die paras ey ich hab schon gedacht da sitzt einer hm 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 ja auf dem anderen server hatte ich das da hat einer dann gesagt vorsicht und hat eine granate aufgemacht ja auch nicht übel aber sie sind wenigstens so nett und grüßen oder sagen noch achtung oder ja je nachdem sie warnen einen auf jeden fall so und ich würde jetzt sagen wir machen jetzt aufnahmestopp jo dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ok auch wenn das in parts aufgeteilt wird und wir äh nicht immer sagen bis zum nächsten mal aber bis zum nächsten mal tschö Leute ja es kommt dann bestimmt geil wenn ihr das dann so schneidest und dann mittendrin bis zum nächsten mal kommt halt erst am am part 7 8 9 oder so ja ok also macht's gut tschö ja ich kann nicht mehr Ciao, ciao.